Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von Let's Share Fitness. Diesmal habe ich mir überlegt, mache ich mal eine Q&A-Folge. Und zwar gibt es so einige Fragen, die ich immer regelmäßig so als Coach oder auch als Sportler gefragt werde von meinem Umfeld oder generell auf meinem Kanal oder Instagram gefragt wurde und habe da so mal ein paar zusammengetragen und dachte mir, es wird einfach mal Zeit, dass ich darüber ein bisschen spreche. Die erste Frage wäre so, die ich oft gestellt werde, was den Thema Ernährung betrifft, wie ich mich denn speziell ernähre, wenn ich zur Arbeit muss. Also wie ernährst du dich bei der Arbeit? Wenn man dann seine achteinhalb Stunden oder was auch immer zur Arbeit muss und damit auch den ganzen Tag beschäftigt ist. Mal mehr, mal weniger mit Bewegung. Wie machst du das? Man hat ja keine Küche unbedingt vor Ort. Und wie machst du dein Meal Prep und so weiter? Es ist für mich immer ein bisschen unterschiedlich. Ich muss sagen, es kommt so drauf an, was ich vielleicht auch an dem Vorabend oder davor gekocht habe. Manchmal nehme ich auch gerne die Reste mit und esse sie noch. Oder gerne esse ich einfach so eine Art Porridge. Ich nehme dann meine Haferflocken mit, mein Obst, meine Mandelmilch und meine Gewürze dazu und esse das dann meistens. Und wenn ich auf der Arbeit bin, mache ich auch oft dieses Intervallfasten, so dass ich eigentlich gar kein Frühstück esse, sondern morgens eigentlich damit beschäftigt bin, meinen Flüssigkeitshaushalt aufzubessern, indem ich trinke, ganz viel Wasser trinke. Allein schon auf dem Weg zur Arbeit bin ich 40 Minuten unterwegs und dann heißt es schon mal für mich trinken, 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 trinken und versuche dann schon mal meinen Körper damit in Gang zu kriegen, dass der das, was er über Nacht nicht bekommen hat, erstmal alles in Gang zu kriegen. Und das ist so von mir eine Routine geworden, dass wenn ich zur Arbeit muss, erstmal morgens trinke. Sogar vereinzelt, wenn ich denn mal die Zeit habe, während der Arbeitszeit Sport zu machen, sogar manchmal auf dem leeren Magen trainiere. Und ja, oft gibt es dann erst gegen Mittag was. Deswegen, da mache ich dann so oft meinen Haferbrei oder ab und zu, wir haben eine kleine Miniart Teeküche bei uns, da kann ich mir dann auch mal Rührei machen, mit Gemüse oder halt Restessen. Das, was so übrig geblieben ist von meinem gesunden Essen abends oder von den Tagen, wird auch einfach mal mitgenommen. Dann natürlich kleine Snacks wie Obst und Gemüse, die du so wegknabbern kannst, bevor du halt an den Süßigkeiten-Tourke gehst, schnappe ich mir das gerne, weil die Kollegen, wie man das so kennt, die haben alle immer gerne ihre Kekse und Co. dabei. Und dann kann man auch mal einfach sagen, ich esse mein Apfel, ich esse meine kleine Minigurke oder meine Cherrytomaten, vielleicht ein bisschen Käse dazu und dann bin ich auch schon glücklich. Abends gibt es dann meistens warm oder ich koche dann richtig frisch. Das ist bei mir Grundvoraussetzung viel frisch. Ich versuche zu vermeiden, nicht ständig zur Kantine zu gehen. Das mache ich nur ab und zu, wenn es was richtig Leckeres gibt, aber nicht unbedingt dann, wenn es Currywurst, Pommes gibt. Deswegen kleiner Tipp, vielleicht einfach mal das überdenken, was man so dann vielleicht tagsüber an sich reinschaufeln würde. Frisches Kochen, sehr wichtig, frische Ernährung, keine Industrie essen oder wenig Industrie essen. Ich mein, komplett kann man es ja leider nicht vermeiden heutzutage, aber ich versuche es wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und damit fahre ich bis jetzt ganz gut. Auch nach meiner Verletzung, jetzt mein Verletzungsspeck loszuwerden, also ich bezeichne es immer gerne als mein Verletzungsspeck, fahre ich da sehr, sehr gut mit, dieses Intervallfasten einzubauen, weil ich ja auch aufgrund meiner Verletzung Schilddrüsenprobleme gekriegt habe und da wurde mir von den Ärzten und Co. ein Intervallfasten auch empfohlen. Ich muss sagen, ich persönlich, ist es auch wieder individuell bezogen und Geschmackssache. Ich persönlich fahre da ganz gut mit. Ich mache es auch nicht jeden Tag, wenn jetzt mal am Wochenende oder irgendwas anderes unterwegs ist oder ein Kollege dann doch mal ein Frühstück schmeißt aus irgendeinem Grund, sitze ich da nicht wieder Spielverderber und sage, hey, kein Bock drauf, sondern muss für sich auch mal so bedenken. Man lebt ja auch irgendwo noch, aber wenn man so im Alltag darauf achtet, sind so kleine Ausreißer auch überhaupt nicht schlimm. Sonst kann ich da nur empfehlen, so ein bisschen mal seine Ernährung zu überdenken, Schritt für Schritt Dinge einzubauen und zu ändern. Ich kaufe auch gern viel regional und gehe auch mal zu den Bauern um die Ecke, kauf nur da meine Eier und muss nicht immer nur zu den Supermarktketten gehen. Also das ist so, wie ich auf der Arbeit mein Essen mitnehme. Es ist natürlich nicht so umfangreich und so umfangreich, wie ihr das halt kennt, wenn ihr meine Instagram Fotos seht oder meine Rezepte. Es ist natürlich auf der Arbeit nicht immer so umsetzbar, aber man kann trotzdem eine gesunde Ernährung umsetzen. Eine Frage, die ich auch oft gestellt werde, ist so die nächste Frage. Was sind so deine Trainingsziele als Sportler, als Coach? Man hat ja immer für sich auch eine gewisse Erwartung an sich als Coach, weil ich finde, ich gehe immer gerne als Coach als Beispiel voraus. Ich kann keinem erzählen, was er zu machen und zu tun hat und wie er sich zu ernähren hat, wenn ich mir selber nur den Müll reinschaufel und selber mich nicht richtig trainieren und dann mit so einem riesen Bauch rumrenne. Ich finde, das widerspricht sich. Deswegen lebe ich gerne auch als Vorbild und versuche dann natürlich meine Trainingsziele auch dementsprechend anzupassen. Ich hatte natürlich gerade die Verletzung und bin jetzt erst dabei, mich fit zu machen, aber man sollte sich Ziele setzen. Ziele sind sehr wichtig, sollte sie dann auch anpassen zu seiner Lebenssituation. Deswegen kann ich nur empfehlen, meine Ziele habe ich gerade angepasst zu meiner Verletzung. Also ich habe gewisse Ziele wieder besser werden im Laufen, wieder reinzufinden. Ich finde gerade wieder meine Sachen rein, läuft auch derzeit sehr, sehr gut, dass ich sage, vernünftig Lauftraining machen, vernünftig Kraftausdauertraining, wieder eine Grundkraft aufbauen. Es geht nichts um ästhetische Ziele, sondern einfach, ich will gewisse Dinge für mich schaffen. Also ich sage, ich will wieder vernünftig Liegestütz schaffen, jetzt als Beispiel. Ich möchte die und die Zeit langsam im Laufen schaffen oder ich möchte es generell schaffen, eine Stunde durchlaufen zu können. Solche Ziele setze ich mir und ich gehe dann noch nicht mal danach, Gewicht zu verlieren, sondern da habe ich gerade festgestellt, für mich persönlich, wenn ich mir eh Grundziele setze im Training und mein Training konstant, so wie meine Ernährung konstant umsetze, brüsseln die Funde von ganz alleine. Weil man macht sich dann weniger Stress, nur auf die Waage zu achten und ich stelle mich da auch kaum drauf. Deswegen kann ich da echt nur empfehlen. Setzt euch gewisse Ziele, fangt klein an und dann steigert die so langsam. Ich habe jetzt wie schon gesagt, ich will wieder Klümpzügel schaffen, ich will wieder einen Handstand schaffen, ich, was habe ich mir noch für Ziele, schwimmen in einer gewissen Zeit, laufen in einer gewissen Zeit, so erstmal gewisse Grundsachen, aber ich habe halt meine Zeiten und meine Ansprüche auch nicht zu hoch geschraubt, sondern mir geht es darum überhaupt, das alles ohne Schmerzen wieder zu schaffen, nicht dann wieder zwei Tage flach zu liegen damit, weil wer Verletzungen schon mal gemacht hat, man muss da wieder langsam anfangen, den Körper langsam hin trainieren, ohne zu übertreiben und so habe ich derzeit meine Ziele angepasst und ich fahre da sehr gut mit. Kann ich nur empfehlen, Ziele, Ziele und dann läuft das von selbst. Falls ihr dazu noch sonst Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch mal unten noch wieder Kommentare setzen oder mich persönlich anschreiben. Ja, Trainingsziele, da passt natürlich die nächste Frage wieder gut, wie ich denn diesbezüglichen Umgang mit meiner Verletzung hatte. Ich hatte schon mal im letzten Podcast über Sportverletzungen geredet. Es ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, gilt für mich auch zum Fitness komplett dazu, weil es kann nun mal nicht immer alles hundertprozentig laufen. Man verletzt sich zwischendurch, muss sich wieder zurückhalten, zurückstecken. Fängt vielleicht teilweise auch in einigen Bereichen von vorne an. Und ja, man muss dann auch mal sich selbst reflektieren und das sich auch eingestehen. Man ist dann oft zu tough im Kopf und dadurch, dass ich ja immer gerne ich persönlich als Vorbild vorausgehe, wollte ich natürlich gewisse Dinge noch schaffen und machen und musste mir dann auch mal eingestehen, hey, es ist auch als Trainer nicht so schlimm, wenn du mal gewisse Dinge gerade nicht so kannst. Ich habe auch eine andere Trainerin in meinem Umfeld, die ist halt schon in den Fünfzigern super drauf, aber hat zum Beispiel jetzt Knieprobleme. Ihr fällt es jetzt schwer, mal vor ihrer Rückenschul-Männergruppe zu sagen, hey, ich kann da nicht so zurückstecken gerade. Ihr kennt mich eher fit. Ich muss da mich jetzt mal zurückhalten bei gewissen Dingen, kann die da nicht so vormachen, weil man selber diesen Anspruch an sich hat, da mitzuhalten, das als Vorbild vorzumachen und da dann sich auch mal zu sagen, hey, ist gar nicht so schlimm, dass es jetzt mal nicht so läuft. Deswegen versuche ich da auch immer sehr offen mit umzugehen. Ich sage den Leuten das, die wissen das und man stößt echt weitestgehend auf Akzeptanz. Viele wissen auch, was man meint und viele beschäftigen sich dadurch vielleicht auch erstmal mit, weil sie das immer oft unterschätzen und oder beschäftigen sich so weit damit, dass sie für sich sagen, oh, vielleicht muss ich auch an gewissen Dingen an mir da vielleicht arbeiten. Es gibt natürlich auch tausend Menschen, die man da nicht mitnehmen kann. Ist aber auch nicht so schlimm. Deswegen Umgang mit Verletzungen bezüglich Trainingsziele. Ja, passt es euch ein bisschen an. Guckt, was ist sinnvoll. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt auch ruhig mal einen Profi und fragt nicht unbedingt auf einer Fitnessstudio-Kette die Leute, die eh den gleichen Leuten den Trainingsplan geben, sondern vielleicht jemanden, wo ihr das Gefühl habt, hat echt Ahnung oder vielleicht ist auch jemand in eurem Umfeld, so wie bei mir, da kommen auch viele aus meinem Umfeld einfach mal auf mich zu und fragen einfach mal und dann gibst du ein, zwei Tipps. Und ja, also da könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich gebe gerne Tipps und oder hört euch einfach meinen letzten Podcast an. Da rede ich da auch sehr offen drüber, wie so gewisse Abläufe stattfinden, auch im Kopf, mit der Psyche, mit dem Training und mit Schmerzen, Umgang mit Schmerz, was ja immer am schlimmsten ist. Bei mir war es zumindest so, einerseits zurückstecken zu müssen, auch als Trainer, den hohen Anspruch an sich selbst zu haben und zu lernen, mit dem Schmerz umzugehen, den man ständig hat, weil das ist teilweise natürlich auch sehr frustrierend. Ja, ich denke mal, da habe ich aber ausführlich letztens erst drüber gesprochen, deswegen hört euch einfach meinen Podcast an, da gehe ich detailliert drauf ein. Da werde ich oft, das ist aber eher so, das werde ich oft gefragt, eher aus meinem eigenen Umfeld, noch nicht mal unbedingt auf meinen Kanälen, wie Instagram oder YouTube, sondern ich werde da oft gefragt so, dein Kanal ist ja noch recht klein. Wo möchtest du da eigentlich mit hin? Oder was ist dein Ziel? Ja, also ich kann jetzt mal so sagen, mein Kanal ist so entstanden, dass ich halt dann ja mit einer Verletzung vier Monate oder doch länger krankgeschrieben zuhause saß. Irgendwann war mein alles aufgeräumt, alles sortiert und dann ging es darum, ja wie machst du jetzt weiter? Wie beschäftigst du dich? Und da ich ja oft schon nach Übungen und Co. gefragt werde oder nach Rezepten, dachte ich, hey, ich habe meine Action-Camp zuhause, also Filmstags schneidest das mal zurecht und guckt mal, wo das so hinführt. Mir war natürlich auch bewusst, dass das tausend Kanäle davon gibt und tausend YouTuber, tausend Influencer und ich dachte aber, ich will allgemein Fitness machen, alles Mögliche, ob es über Regeneration geht, Mobi, Ernährung, innere Einstellungen, alles was damit so zu tun hat. Und wenn es nachher um Produkte geht, zu vermitteln und zu vermarkten, dann natürlich da, wo ich auch hinterstehe und sage, hey, das sind gute Sachen, mal ein paar Tipps, so läuft das ganz gut, könnt ihr vielleicht umsetzen und habe mich dann so langsam mit auseinandergesetzt. Wenn ihr so meine ersten Videos sehen werdet, werdet ihr auch noch ein bisschen sehen, da ist die Bildqualität noch nicht so gut und das schneiden noch nicht oder dann wackelt noch mal ein bisschen was. Aber ich habe dann so für mich festgestellt, ja, das macht Spaß, diesen Prozess durchzuleben, weil es läuft nicht alles direkt perfekt. Man lernt immer wieder dazu und dann begegnest du noch vielleicht ein paar anderen Influencern, die einen Tipps geben oder andere Leute, die vielleicht mit der Werbebranche zu tun haben und man fängt an, so nach und nach sich zu verbessern. Das ist wie im Training und ich habe Gefallen gefunden an diesem Prozess des sich Verbesserns und dazu zu lernen. Ich hatte vorher nie mit einer Kamera was zu tun. Dann habe ich mir eine Sony gekauft und bin mich da jetzt so langsam mit auseinander setzen oder mit dem Mikrofon hier, mit dem Podcast aufnehmen, mit Tonspuren und wie macht man das Ganze. Und ja, ich habe für mich festgestellt, dass dieser Kanal nicht nur dazu dient, anderen was mitzugeben, sondern es gibt mir auch was, weil ich mich mit Themen auseinandersetze, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal tun werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal zu Hause setze mit dem Mikro in der Hand und euch irgendwas erzähle. Deswegen, ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Mein Ziel ist es nicht mehr, 100 Millionen Abonnenten rumzurennen. Mein Ziel ist es nur, zumindest mit den Abonnenten, die ich habe, das zu erreichen, dass die sich das gerne anhören, meine Videos sich gerne angucken. Und ja, und wenn da dadurch automatisch von selbst ein bisschen mehr wird, freue ich mich natürlich. Mein Schwerpunkt derzeit liegt mehr darin, mehr für Qualität zu sorgen, weil am Anfang war natürlich erstmal nur überhaupt da rein zu finden. So langsam mache ich so ein bisschen bei vielen Sachen den Dreh raus. Lernen muss aber noch immer noch viel dazu lernen, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich gerade darauf, jetzt so langsam richtig in die Qualität einzusteigen und ich hoffe, dass es auch nach und nach so von euch bemerkt wird. Ich bin natürlich auch für gewisse Tipps, konstruktive Tipps, gerne zu haben. Da könnt ihr mich gerne mal persönlich anschreiben, wenn ihr sagt, hey, ich kann, keine Ahnung, das und das Objektiv noch empfehlen oder die und die App, weil die macht echt geile Bildeinstellungen oder das und das Schneideprogramm. Ich bin immer für alles offen. Ich lerne gerne dazu. Zur letzten Frage. Das wurde ich echt schon öfters gefragt. Warum zeigst du dich persönlich so recht selten? Also damit meint die Person so, habe ich das verstanden. Warum ich recht wenig Bilder von mir zeige oder auch noch recht wenig Videos rein stelle, wo ich zu sehen bin komplett. Ja, ich muss sagen, ich hatte da immer noch so ein bisschen Hemmungen, weil man ist ja auch dann eine Person irgendwo des öffentlichen Lebens, auch wenn man nur einen kleinen Kanal hat. Man weiß auch nicht, wo es irgendwann hinführt. Und ich wollte das Ganze einfach erst mal bedacht anstellen und mich nicht direkt offen dahin stellen. Und ich wollte das Ganze auch irgendwo, dass es erst mal Qualität hat. Ich habe zwar erst mal die ein, zwei Mobi-Videos von mir als Test reingestellt. Die sind, ich bin auch noch, ich muss ehrlich sagen, noch gar nicht zufrieden damit, da wo ich auch zu sehen bin. Und ich habe halt einen Anspruch auch an mich, wenn ich schon sowas rein stelle, wo man mich sieht, dass das auch eine vernünftige Qualität hat. Nicht nur den Inhalt, den ich da zeige, sondern auch die Bildqualität, die Tonqualität. Und daran arbeite ich halt noch für mich sehr stark. Und das ist für mich wirklich ein Ziel, dass das alles Hand und Fuß hat. Dass ich da nicht auch nur auf Masse irgendwas rein stelle, und um Aufrufe zu machen. Weil ich denke mal, Quantität bringt nichts. Da muss schon Qualität dran sein. Und ich hatte da immer noch Hemmungen, mich zu zeigen. Weil ich bin auch einfach nicht der Typ dafür, der jeden Schritt meines Lebens irgendwo rein stellt. Deswegen bei mir werdet ihr das wahrscheinlich auch nie haben. Ich zeige mal gerne, wenn ich trainiert habe. Ich zeige auch mal gerne, wenn ich was gekocht habe oder wenn wirklich was richtig schön ist. Aber ich bin nicht der Typ, der wirklich jeden meiner Schritte in Social Media preisgibt. Und ich denke mir auch, gewisse Dinge, ich denke mal, da werden mir einige zustimmen, gehen auch andere nichts an. Ich brauche meine Liebeserklärung für meinen Freund nicht da machen. Er hat nicht mal Facebook und Instagram. Der ist so einer, der braucht das nicht. Und ich finde das auch voll okay. Und den stelle ich da auch nicht ständig rein. Das sind so Sachen, er ist da nicht der Typ für. Ich bin so Mittelding. Ich bin da ganz gerne unterwegs. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der nur dafür lebt und alles da rein stellt und eigentlich seinen Fokus auf das wahre Leben und die Realität verliert. Deswegen, ja, ich denke mal, so ein bisschen wollte ich mich da jetzt schon in Zukunft mal öffnen, so vereinzelte Sachen reinzustellen. Ich werde mich da wohl ein bisschen was trauen. Aber ich werde wohl nie das Pensum und die Intensität von manchen anderen Influencern haben. Aber ich denke, das ist auch okay so. Und ich denke, das muss auch jeder für sich selber wissen. Und ich finde das auch okay, wenn jetzt andere da anders sind und wir sich mehr reinstellen. Ich denke mal, das ist das, was es authentisch macht. Wenn jemand da Bock drauf hat und es einem gefällt, kann er ja da mehr reinstellen. Wenn man aber mich kennt und weiß, die ist eigentlich gar nicht so, das passt nicht zu ihr, fehlt ja auch irgendwo dann das Authentische, dass es authentisch wird. Und solange es authentisch bleibt, denke ich, ist das alles okay so. Es ist genauso mit Produkt vermarkten. Ich finde es auch okay, wenn Leute gute Produkte vermarkten, solange es authentisch bleibt und nicht es offensichtlich ist, dass sie nur was vermarkten wollen. Und das ist bei mir auch das, was mein Ziel ist. Wenn ich mich zeige und ich vermarkte was, dann will ich auch, dass das Hand und Fuß hat. Und selbst wenn ich mich nur selbst vermarkte oder irgendein Produkt vermarkte oder irgendein Workout-Gerät, ein wie auch immer oder ein Trainingsprogramm oder eine App. Man weiß ja immer nicht, wo das Ganze hinführt. Dann möchte ich, dass das Hand und Fuß hat und ich selber auch von der Sache überzeugt bin und vieles vielleicht nicht in die Richtung geht, dass es nur Massenabfertigung ist. Für ein Geld Geld machen, Profit. Ich weiß natürlich nicht, wie es in fünf Jahren aussieht. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber es ist meine jetzige Einstellung. Deswegen, ja, soweit so gut. Ich denke mal, ich konnte euch so ein paar Fragen beantworten, die immer so bei mir im Umfeld oder wenn man mir persönlich schreibt, gestellt wurden. Die habe ich ein bisschen zusammengefasst. Falls ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich freuen. Dann würde ich noch so eine Q&A-Folge mal machen. Ich bin ja auch noch recht klein. Ich werde ja jetzt nicht unbedingt bombardiert mit Kommentaren, aber das, was so kommt, da beschäftige ich mich dann auch gerne mit. Deswegen traut euch ruhig und ich kann nur sagen, bleibt gesund, beschäftigt mit euch selber und eure Gesundheit. Viele Personen tun einfach manchmal gar nichts und lassen alles so laufen, sind aber eigentlich nicht zufrieden. Aber wie schon gesagt, da muss man selber hinterher, ob im Fitnessbereich, Gesundheitsbereich oder wenn es auf der Arbeit ist. Deswegen kann ich nur mitgeben. Bleibt gesund. Arbeit an euch selbst. Es ist alles ein stetiger Prozess. Man lernt immer dazu, auch wenn man alt ist nachher. Und das ist das, was ich so liebe an diesem Kanal, dass ich immer dadurch zu lernen. Und ihr seid mein Prozess. Ihr seid auch mein Beitrag dazu. Ich lerne auch von euch, nicht nur ihr von mir. Deswegen freue ich mich auch in diesen Art Kontakt zu stehen, euch Beiträge zu liefern und ihr gebt mir was zurück. Deswegen bleibt gesund und ich wünsche euch alles Gute und wir hören voneinander. Viel Spaß. Ich ziehe mich ein bisschen in die Länge, aber läuft so weit. Rann an die Buletten sage ich da nur. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.